Das Team von Lucky5 ist übrigens dran, der BTK den Rotation Bug zu fixen. Guck mal, die Autos, die stehen auch alle fit hier eigentlich, ne? Guck mal, der steht auch fit. Junge, warte mal, die Autos stehen alle richtig? Kann das kurz... Ich hab mal den Klippen. Streife 4 aktiv, West-A-Less. Oh, du willst dir so meinen Helm wegpacken? Ja. Ja, dann gehen Sie sich mal um, ziehen Sie, ich komm mit. Oh ja, ich freu mich schon. Los, zack! So. Was ist denn mit Ihnen schon wieder? Dann die Sonne. Ich liebe Sie, ähm, ich wollte Sie nur respektieren. Ja. Keine Ahnung, ich hab nur einen Funk mitbekommen, dass eine Person bewusstlos da unten liegt. Dann bin ich, ähm, runter, dann war bereits eine Kollegin vor Ort. Hörn Sie mal auf! Ruhigen Sie sich mal, Frau... Ey! Frau Imanov! Haben Sie es jetzt? Ja, selbstverständlich. Hörn Sie auf! Arzt! Die ist aber mal durchgedreht. Die hat... Ähm... ...Enten angucken will. So einer sind sie, wissen Sie. Quark. Ja. Was haben Sie gerade gesagt? Quark? Quark. Oh Gott, das wäre... Was war denn... Ja, ich hab das... Ich bin nicht... Wollen Sie... Wollen Sie mir gerade unterschwendig unterstellen, dass ich dumm bin? Nein, so, nein, so. Auf gar keinen Fall, so. Ich weiß, dass Enten Quark essen. So, was wollen Sie mir... Jetzt beruhigen Sie sich mal, Frau Imanov. Sie haben anscheinend eine Psychose. Sie müssen ins Krankenhaus, aber dringend. Ja, Sie auch, Herr Weiß. Tisch, Gott. Ja, wir bräuchten noch eine Ersatzstreife, die unseren Einsatzort südlich vom roten Parkhaus übernimmt. Streife 1 muss dringend zum LSD. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Autos fahrungsbereit. Mir gefällt der untere auch. War doch nicht so aggressiv. Ich baue Urlaub. Die lassen wir jetzt hier stehen. Die ganze Karre voll gefurzt. Kommen Sie. Bah. Ist das... Wirklich jetzt? Ja. Oh, oh. Machen Sie es gut, Frau Fincas. Oh Gott, die Ame. Oh je. Gucken Sie mal, die rennt. Oh Gott. Oh Mensch. Der Zuckerboy ist übrigens die SD91N zu St.Claire. Keine Ahnung, ob er noch bei uns arbeitet. Oh nee. Mann. Oh mein Gott. Oh Gott. Jetzt kommen Sie da runter. Wir sind da. Wir liegen auf. Kommen Sie da runter. Die Heckscheibe. Die Heckscheibe. Wir liegen auf. Wir liegen auf. Kommen Sie da runter. Nö. Kommen Sie da runter. Sind Sie geisteskrank? Kommen Sie da runter. Kommen Sie da runter. Kommen Sie da runter. Bressen Sie gerade. Was machen Sie? Was machen Sie denn da jetzt? Kommen Sie da runter. Seid doch Schweine. So. Kommen Sie jetzt. Steigen Sie ein, Mann. Andere Seite. Scheiße, Mann. Die Scheibe müssen wir komplett reparieren lassen. Wir müssen den Kofferraum neu lackieren. Kofferraum ist eingedrückt. Da können wir nichts mehr reinmachen jetzt. Scheiße, 1. April. Der war gut. Die lackiert hier den Kofferraum braun matt. weiter. Weiser Streit? Vorn den Laden? Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. So zwei Personen. Ach, das wird ein einfache Spiel. geben sie das auch gucken sie mal ich gebe ich mal gas waren sie rechts ran das ist hoffnungslos wir haben sie stehen eine person flüchtet zu fuß person flüchtet zu fuß checken sie bitte ob unser streifen abgeschlossen ist unsicher checken sie auf unserer streifen abgeschlossen der wagen abgeschlossen ist auf folgende person zu fuß person gestellt ja da rufen sie in rtw person gestellt personen per kopfnuss ausgeschaltet ja ich bin abends gern unterwegs und guckt mir das können sie in ruhe wichsen habe ich verstanden habe ich verstanden haben sie denn was ist denn bei ihnen los das klingt wissen sie das klingt wie so ein kaputter vierzylinder was denn los bei ihnen das klingt wie wenn man so ein auto machen will aber sie anspringen das dauert noch ein bisschen sind eine halbe uran wolke ist ihnen das eigentlich bewusst ich sitze in geschlossenen räumen und hier wird flatulenz das kann man nicht wissen tun drei war eins code braun saus ls wenn überhaupt diese hässliche hose bei diesem bei ihrem outfit zu tragen bis schloss meine dass die klagen was wie schloss meine dass die klage soll klar gehen da bleibt auch so nah am auto stehen sehen sie da müssen sie immer ein auge drauf haben aber bitte gehen sie ein schritt vom auto in die richtung wand bitte gehen sie richtung danke sehr so haben sie das kennzeichen überprüft in der zeit wie kann das sein das auto steht ein meter vor und sie können sie das denn nicht sehen ich habe nur augen für meinen schiefer weg auf jetzt kommt 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 mache ich morgen oder so ich muss auflegen muss ein auto schieben ray bis später haben wir geben wir einkaufen das ist okay so